Hallo und herzlich willkommen bei MakeFinance. Die heißesten Tage des Jahres stehen in Deutschland vor der Tür. Die Temperaturen sollen auf über 40 Grad steigen. Ich habe mir hierbei die Frage gestellt, wer profitiert eigentlich dabei? Welche Branchen profitieren, wenn es wärmer wird? Drei unterschiedliche Branchen und die Unternehmen kommen auch aus drei unterschiedlichen Ländern, die ich euch heute vorstelle. Und alle drei Unternehmen bezahlen eine Dividende. Und am Schluss zeige ich euch noch mein Fazit zu den vorgestellten Aktien. Und jetzt viel Spaß euch beim Video. Ich habe mir zuerst einmal bei den heißen Temperaturen Gedanken gemacht, wer profitiert denn hiervon? Und habe dabei natürlich gleich erstmal Hunger nach einem Eis bekommen. Weil Sommerzeit ist nämlich Eiszeit. Diese Branche profitiert natürlich sehr davon. Darüber hinaus denke ich, wenn es zu heiß in den Wohnungen ist, immer, boah, was wäre eine Klimaanlage, wäre jetzt mega schön. Deswegen, auch Klimaanlagen werden immer mehr nachgefragt, wenn es heißer wird. Und zuletzt kann man noch auf die Idee kommen, ach, so ein Pool wäre jetzt richtig klasse und da könnte ich jetzt mich richtig schön abkühlen. Ich stelle euch jetzt zu allen drei Branchen eine passende Aktie vor. Das erste Unternehmen, was ich euch mitgebracht habe, ist der Profiteur bei Eiscreme. Hier im Jahreschart sieht man, dass man zuletzt wieder sich deutlich erholt hat. Und auch die orange schabende 200-Tageslinie konnte der Kurs zuletzt überwinden und nach oben durchbrechen. Anlegerinnen und Anleger haben beim Unternehmen auf Einjahressicht einen Verlust von derzeit 9,5% erlitten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 118,4 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 17,7 und der 10-Jahres-Durchschnitt beträgt 19,8. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis beläuft sich auf 2,1 und der 10-Jahres-Durchschnitt liegt hier bei 2,2. Die aktuelle Dividendenrendite ist mit 3,75% ansprechend. Die Kontinuität ist hierbei seit 0 Jahren wurde sie gesenkt. Der Payout auf den Free Cash Flow beträgt derzeit 65,6% und Zahlungen erfolgen viermal im Jahr und die Herkunft des Unternehmens ist Großbritannien. Die Branche ist der unzyklische Konsum und hier besonders der Bereich Lebensmittel. Der TraderFox Qualitätsscore beläuft sich beim Unternehmen auf 8 Punkten, der Dividendenscore erreicht 12 Punkte und der Wachstumsscore erreicht 6 Punkte. Das vorgestellte Unternehmen ist Unilever. Ich habe euch Unilever auch schon mal in einem längeren Video vorgestellt, das werde ich euch oben in der Infokachel entsprechend verlinken. Kommen wir nun zur zweiten Aktie. Hier auch wie gewohnt zuerst der Blick aufs Jahreschart. Hier sieht man, dass der Kurs sich gefühlt seit einem Jahr kaum bewegt hat. Der Kursgewinn auf Einjahressicht beläuft sich auf minus 1,1%. Die aktuelle Marktkapitalisierung beim Unternehmen liegt bei 46,3 Milliarden Euro. Das aktuelle Kursgewinnverhältnis beträgt 27,8 und der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 21,6. Das aktuelle Kursumsatzverhältnis liegt bei 2,0 und der Zehnjahresdurchschnittswert bei 1,4. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 0,91%, wurde seit 11 Jahren nicht gesenkt und der Payout auf den Free Cashflow liegt bei 44,7%. Die Zahlungen erfolgen zweimal im Jahr und das Unternehmen kommt aus Japan und ist im Bereich Technologie und hier der Unterbereich Elektroteile angesiedelt. Der TraderFox Qualitätsscore erreicht bei diesem Unternehmen 10 Punkte, der Dividendenscore 6 und der Wachstumsscore ebenfalls 10 Punkte. Und hier bei diesem vorgestellten Unternehmen handelt es sich um Daikin. Der Profiteur bei der Abkühlung im Pool. Hier auch der Blick aufs Jahreschart zuerst. Hier sieht man, dass man seit Dezember letzten Jahres in einem Abwärtstrend ist, der nach wie vor intakt ist. Anlegerinnen und Anleger haben mit dieser Aktie derzeit einen Kursverlust von 16,4% auf Einjahressicht eingefahren. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 15,2 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 20,7 und somit unter dem 10-Jahres-Durchschnitt, der bei 27,4 liegt. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 2,5 und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 2,0. Die Dividende liegt bei 0,91 und wurde seit 17 Jahren nicht gesenkt. Der Payout auf den Free Cashflow beläuft sich auf 100%, bei 4 Zahlungen im Jahr. Das Unternehmen kommt aus den USA und ist im Bereich zyklischer Konsum und hier im Bereich Einzelhandel spezialisiert angesiedelt. Der Qualitätsscore von TraderFox erreicht starke 14 Punkte, der Dividendenscore schneidet mit 13 Punkten ebenfalls sehr gut ab und der Wachstumsscore erreicht auch noch 10 Punkte. Und das hier vorgestellte Unternehmen ist die Pool Corp. Kommen wir nun zu dem Fazit zu den Aktien der Profiteure der heißen Tage. Ich denke, gegen ein leckeres, kühlendes Eis werden die wenigsten von euch was einzuwenden haben. So ist es auch bei mir und mein Favorit ist Unilever. In dieses Unternehmen habe ich auch bereits investiert. Daikin ist mir persönlich derzeit noch zu teuer, ich halte es aber für ein interessantes Unternehmen, bei dem ich gerne bei günstigeren Preisen so ab 18.350 Yen über einen Einstieg nachdenken würde. Qualitativ ist die Pool Corp. sehr gut aufgestellt. Ob du in dieses Unternehmen eventuell auch aus moralischen Gründen, ich sage mal hier das Stichwort Wasserverschwendung, investieren möchtest, das muss jeder und jede am Ende für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich ist dies kein Investment. Ein nachhaltiges Investment habe ich euch im Abspann noch verlinkt. Dort stelle ich euch ein interessantes Unternehmen vor, was ich jetzt auch eventuell kaufen werde. Ich hoffe, du hattest Spaß am Video und ich konnte dir damit etwas weiterhelfen. Bitte like mein Video, schreib mir deine Meinung zu den vorgestellten Unternehmen in die Kommentare, sucht euch gerne ein schattiges Plätzchen, um über die heißen Tage drüber hinweg zu kommen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank für euren Support und teilt das Video gerne mit euren Freunden. Bis dahin, ciao! Risikohinweis Das Video stellt lediglich die Meinung des Autors dar und ist somit keine Empfehlung, keine Anlagenberatung und auch keine Steuerberatung. Ihr entscheidet, was ihr mit eurem Geld macht. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der gezeigten Daten im Video übernommen.